Ich glaube, das Corona und Wahlkampf oder Kampagnenmodus, das kann man nicht gegeneinander setzen. Corona ist momentan das alles prägende Thema. Natürlich geht es aber auch darum, dass am 14. März die Wählerinnen und Wähler entscheiden, von wem sie glauben, dass aus dieser Krise am besten herausgeführt wird, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Deshalb hängt das eine mit dem anderen zusammen, aber es ist nicht gegeneinander zu bewerten, sondern Corona prägt diese Zeit der Kampagne. Es ist tatsächlich so, dass wir digitale Veranstaltungen machen, weil Corona bedingt es einfach nicht anders möglich ist. Wir machen sehr viele, ich mache sehr viele Veranstaltungen, Zielgruppengespräche mit Handelstreibenden, Gewerbetreibenden, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, aber natürlich auch mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern, mit Sportvereinsvorsitzenden, mit Ehrenamtlichen in der ganzen Bandbreite. Und wir machen auch öffentliche Veranstaltungen, wo immer 250 bis 300, 400 Personen mitdiskutieren. Es geht digital, keine Frage, aber es ist natürlich was anderes, wenn man den Leuten direkt gegenüber sitzt, die direkte Begegnung fehlt allen. Aber digital funktioniert und deshalb ist es zwar wichtig, dass wir Abstand halten, Corona bedingt, aber nicht Distanz. Das Gespräch ist wichtiger denn je und das machen wir digital. Es ist eine andere Form von Wahlkampf, aber ich habe nicht den Eindruck, als ob wir nicht miteinander sprechen und kommunizieren können. Vor dem Hintergrund bin ich eigentlich damit auch zufrieden. Natürlich die persönliche Begegnung, das Treffen können, das nicht darauf achten müssen, mit wie vielen Menschen treffe ich mich, mit Freunden, mit Familie, Essen gehen, Kulturveranstaltungen, Oper, Kino oder auch mal wieder, also zugegebenermaßen, ich bin ja VfB-Stuttgart-Fan, mal wieder ins Stadion zu gehen. Das sind alles Dinge, die einem fehlen, die Nähe, die persönliche, direkte Begegnung. Ich glaube, da geht es mir wie jedem anderen auch. Das ist einfach zurzeit nicht möglich und es fehlt also mir persönlich furchtbar, aber ich bin sicher, die Zeit wird wieder kommen und da freue ich mich auch drauf. Ja, wir kämpfen dafür, am 14. März wieder stärkste Partei als CDU in diesem Land zu werden. Und natürlich auch da analog, Corona wird immer auch zu Beginn der neuen Legislaturperiode nach der Wahl ganz oben auf der Tagesordnung stehen, nämlich die Frage, wie gelingt es uns, aus dieser Krise, übrigens auch der immensen Wirtschaftskrise herauszukommen, dass Baden-Württemberg, die Bürgerinnen und Bürger auch morgen oder übermorgen, also auch noch in vier, fünf, sechs Jahren im Wohlstand leben können. Wie kann man, welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen braucht es? Aber natürlich das Thema auch Gesundheits- und Infektionsschutz wird noch eine große Rolle spielen. Wie gelingt es uns, Perspektive zu entwickeln? Ich gehe davon aus, dass das auch noch den Sommer und das Jahr gegenüber beherrschen wird und deshalb sind es natürlich die ersten Themen. Wie gelingt es uns jetzt, die richtigen Weichen zu stellen, damit wir aus dieser Krise nicht nur irgendwie rauskommen, sondern sehr gut oder gestärkt rauskommen, weil das die Basis ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auch morgen oder übermorgen noch gerne in diesem Land leben und vor allem auch Wohlstand, Arbeits- und Ausbildungsplätze vorhanden sind. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Entscheidungen in diesem Umfeld. Wie kommen wir aus der Krise, die nach der Wahl dann auch als erstes anstehen werden? Das ist wirklich wichtig. Es schlauert mal die Uhmlines- und fehlthit. Und dann können wir jetzt eine Sendung kommen.